Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu neuem Part zu Litua's Live Swain. Auf dieser Fall werden wir das diesmal in Frischthäulen. Was ist ein schwe 후... ...zuschneiden... ...unschreie Schreie Schreie. ... ... Okay. Also das war mir ja kein... nichts Gutes. Ja. 1, 2, 3, 4. Die Nähe der Innenstadt gelegen wurde. Ja. Die Innenstadt. Ja. 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 Okay. 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 So, damit erwähnen wir den freiletzten NT-Code. Da haben wir hier 2 von 5. Also, es ist erst kaum. Also, ich weiß nicht, wie viele Partys wir noch brauchen. Da. Damit aber 4 von 5. Nur noch ein einziger Feld. Aber man sieht, dass hier wieder nichts mehr da ist. Also, ich weiß nicht, wie viele Partys. Die Frage ist immer noch. Diese Themen kann man jetzt tun. Und damit könnten wir eigentlich schon überspringen. Also, ich weiß nicht, wie viele Partys. Dann wieder bearbeiten. Ich weiß nicht, wie viele Partys. Und jetzt gucken wir mal. Okay, da haben wir wieder was. Okay. Dann gucken wir mal, wie wir die Person im nächsten Mal finden. Oder was das für andere Partys. Oder so. Also, ich weiß nicht, wie viele Partys. Bis zum nächsten Mal.